Die Heizung verliert ständig Wasser und es muss regelmäßig nachgefüllt werden, damit der Druck stimmt? In diesem Video zeige ich die sieben häufigsten Ursachen für den Druckverlust in der Heizungsanlage. Ein häufiger Grund, warum der Druck in der Heizung immer wieder abfällt, kann ein defektes Ausdehnungsgefäß sein. Das Ausdehnungsgefäß sorgt dafür, dass sich das Wasser am Heizungssystem ausdehnen kann, wenn es erhitzt wird. Bei einem Defekt kann das Membranausdehnungsgefäß den Druck nicht ausgleichen. Sobald dann der Druck zu hoch ist und einen kritischen Wert erreicht, spricht das Sicherheitsventil an. Es lässt überschüssiges Wasser entweichen, sodass der Druck wieder sinkt. Das Resultat? Unsere Heizung verliert Wasser und der Druck sinkt ständig. Auch ein defektes Sicherheitsventil selbst kann die Ursache für den Druckverlust sein. Das Sicherheitsventil hat wie gesagt die Aufgabe, bei zu hohem Druck im System überschüssiges Wasser abzulassen. Doch was passiert, wenn das Ventil nicht mehr richtig funktioniert? Typisch ist hier ein mit der Zeit undicht gewordenes Ventil, das ständig etwas Wasser ablässt. Bei genauer Betrachtung ist das häufig mit bloßem Auge erkennbar, wenn am Ventil immer etwas Feuchtigkeit zu finden ist. Ein weiterer Grund für Wasserverlust können undichte Verbindungen oder Ventile sein. Das kann zum Beispiel so ein Thermostatventil an einem Heizkörper sein, das undicht ist und kleine Mengen Wasser verliert. In dem Fall ist das gut erkennbar an der Pfütze auf dem Boden. Bei einer Fußbodenheizung sieht es häufig aber anders aus. Hier sitzt der Verteiler an einem Kasten in der Wand. Wenn hier eine Leckage besteht und kleine Mengen Wasser austreten, bleibt das häufig zunächst unbemerkt. Doch auch diese Tropfen summieren sich und so verlieren wir allmählich Druck im System. Nicht nur die Verbindungen oder Ventile können undicht sein, sondern auch die Heizungsrohre selbst. Meistens betrifft das eher ältere Heizungsanlagen und Rohrsysteme. Problematisch ist das, weil die Leitungen im Normalfall im Estrich verlegt sind. Ein Bruch in den Rohren ist so nicht ohne weiteres erkennbar, macht sich aber durch stetigen Druckverlust bemerkbar. Gefährlich ist es auch, weil auf Dauer die Bausubstanz durch das austretende Wasser Schaden nehmen kann. Hier hilft oft nur ein Profi, der mit speziellen Messgeräten die Leckage aufspüren kann. Wenn wir häufig unsere Heizkörper entlüften, kann das ebenfalls ein Grund sein für Druckverlust. Das ist recht offensichtlich. Wenn wir es zu gut meinen und regelmäßig die Luft aus unserer Heizungsanlage lassen wollen, dann verlieren wir dabei auch jedes Mal etwas Heizungswasser. Die Menge ist zwar gering, dennoch sollten wir nach dem Entlüften den Druck überprüfen und gegebenenfalls Wasser nachfüllen. Eine weitere Ursache für Druckverlust kann ein defektes Manometer sein. Wie jedes Bauteil unterliegt auch das Manometer für Schleißerscheinungen und kann fehlerhafte Werte anzeigen. So kann ein Druckverlust angezeigt werden, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist. Auch wenn das im Vergleich eher selten passiert. Häufiger ist dagegen Ursache Nummer 7. Ständiger Wasserverlust kann auch durch einen defekten Wärmetauscher verursacht werden. Wenn er undicht ist und immer etwas Wasser tropft, ist das meistens während der Heizperiode kaum erkennbar, da das Wasser direkt verdampft. Erst in der warmen Jahreszeit bilden sich erkennbare Pfützen unter dem Heizkessel. Ich hoffe dieses Video hat einen guten Überblick gegeben. Wenn ja, freue ich mich sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar hinterlasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.